Das ist für meine Haare Das ist für mein linkes Bein Und das ist für mein rechtes Bein Und das für meinen Achseln Okay, let's go Bekämpft Essensresse und schützt deine Teller Damit kann ich sicher meinen Körper waschen Wenn es schon Essensresse bekämpfen kann Dann auch den Schweiß auf meiner Haut